Hallo! Leg dich nie mit einer Katzenmama an. Die Lektion musste auch dieser Hund in Thailand lernen. Beim Gassigehen mit seinem Herrchen entdeckt er ein kleines Kätzchen auf dem Bordstein und stürzt sich sofort auf das Jungtier. Doch mit der Katzenmama hat er offenbar nicht gerechnet. Die kommt nämlich blitzschnell angeflitzt und verteidigt ihren Nachwuchs mit vollem Körpereinsatz. Doch mit der Katzenmama hat er offenbar nicht gerechnet. Die kommt nämlich blitzschnell angeflitzt und verteidigt ihren Nachwuchs mit vollem Körpereinsatz. Doch mit der Katzenmama hat er offenbar nicht gerechnet. Die kommt nämlich blitzschnell angeflitzt und verteidigt ihren Nachwuchs mit vollem Körpereinsatz.